yo hallo leute hier ist euer pitbull ich habe was geiles heute entdeckt ich schau dir das einfach mal an da oben was seht ihr da ein lama im baum was macht ein lama im baum meine freunde was ist bei dem falsch was will das da oben unten verstehe ich dann unten irgendwo ein lama auftaucht aber dann nicht im baum das ding ist ein baum holen sie mal runter mal gucken ob es klappt jetzt gleich komplett hier zerstört ist holen sie einfach mal raus und da haben wir das lama unten seht ihr es einfach nur geil ein lama im baum das kann man gerne erzählen leute wisst ihr bescheid bis später euer pitbull tv ciao